Okay, ich komme in Erde. Ja, dann bist du wahrscheinlich fast oben. Das sind so die letzten drei, vier Sachen. Und dann komme ich im Dunkeln raus. Aus dem Bett! Ihr seid von einem Zombie gesprochen. Äh, Entschuldigung. Mir wurde gerade gesagt, dass mir jemand aus dem Bett zuschaut. Da muss ich mal kurz feiern. Aus dem Bett? Ja, aus dem Bett zuschaut. Oh mein Gott, nein! Nein, ich habe auf Wasser gestoßen. Ich verdrink jetzt hier. Was mache ich denn jetzt? Wieder zubauen. Wie geht das? Ja. Aha. Ich werde hier weggespült. Ich werde in diese scheiß Schlucht gespült. Ja, aber das ist nicht so schlimm, weil du stirbst nicht, weil du runterfällst. Oh nein, 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 Hilfe. Ich sehe gar nichts. Du musst nur so an der Luft achten. Über deinem Hunger ist jetzt Luft, wenn du da bist. Ich sehe gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich habe so Schiss. Äh, Hilfe. Okay. Ich habe es geschafft zuzubauen. Aber das ist jetzt natürlich scheiße. Ich bin nicht da, wo ich sein wollte. Das dauert lange. Aber hier sind Schafe. Ich, kann ich nicht irgendwo sehen, wo du bist? Ich kann dir meine Koordinaten geben in der F3. Drückst immer noch, da siehst du Koordinaten. F3. Oh, wow. Ja, richtiger Fuchs. Okay, vergiss es. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. F3 und dann hast du den zweiten Absatz, den XYZ. Y ist Höhe und X und Z sind die Koordinaten. Die erste Zeile im zweiten Absatz, wo die Leerzeile drüber ist. Ah, da. 118.992. Ich bin bei minus 69 und 0. Also, X und Z, weil das sind die wichtigen. Die Y ist die Höhe. Die Y ist 69 und 0. Ey, wo komme ich denn hier lang? Ach, hier ist das Wasser von Lumi runter. Deswegen sind jetzt die ganzen... Oh Gott, ich bin im Kreis gelaufen. Fuck! Also, warte mal. Die in der Mitte, die Y-Koordinate verändert sich bei mir. Das ist die Höhe, wenn du springst, immer noch. Also, achso, okay, dann, also die hintere. Ich laufe im Kreis. Minus 64 und 0, ja? Ich bin bei minus 85 und minus 16 aktuell. Und wo ist dein Haus? Das interessiert mich nicht, wo du bist. Weiß ich nicht, ich weiß nur, wo ich bin. Das ist mir doch scheißegal, du musst dir doch merken, wo dein Haus ist. Ich weiß nicht, wo mein Haus wohnt. Bin ich wieder hier? Ich bleibe jetzt hier einfach auf dem Wasser, so lange, bis die Nacht rum ist. Wollen Zombies auch auf dem Wasser? Nein. Okay, ich bleibe hier auf dem Wasser. Was war das jetzt? Das ist noch ein bisschen tagsüber weg, ne? Die sterben, wenn sie nicht im Wasser sind, an Tageslicht. Und die Skelette? Die auch. Aber nicht die Creeper. Antifa-Büro, herzlich willkommen. Du bist müde? Marc, dann geh doch schlafen. Und die, was für mein, Skelette hast du auch noch gefragt? Ja. Die Skelette, was soll, wenn die im Wasser sind? Ich glaube, im Wasser können sie nicht brennen. Von daher sterben die ja nicht, weil die brennen durch Licht. Okay. Da hat Anvajos sehr richtig Kohle entdeckt, die ich übersehen hatte. Jetzt toll, weil du hier Eisen abgebaut hast. Das ist hier alles durcheinander. Ich bin doch, ich bin doch hier rüber gelaufen. Hilfe! Bin ich denn hier hoch? Bin nicht mehr munter. Das war nicht das von mir. Ja, das war nicht das von mir. Du hast auch schon wieder so ein Blitz. Ich will schon wieder zu einem Blitz. Ich hasse dieses Spiel. Hallo, Lumi. Ich sehe dich schon wieder da drüben. Wenn man hier coole Sachen bauen kann, tatsächlich eigentlich. Ich schwitze. Ich habe Angst. Du hast den Zauber von Minecraft nur noch nicht verstanden. Wo ist denn dieser Weg, den ich geholfen habe? Ja, frag mich mal. Ich habe meinen Weg auch nicht wieder gefunden, wo ich runtergefallen bin. Und da waren wir vorhin ganz easy, lockerflackig. Ja, wir waren da beide. Du bist über einen anderen Weg hingekommen als meinen, oder? Oder bist du über meinen Weg hingelaufen? Nee, ich bin doch dann mit dir mitgelaufen, weil ich dir helfen wollte. Stimmt, ja. Das war ich. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, es haben schon einen Tag. Wo bist denn du, Kar? Immer noch unten in dem Gedöns. Wie lange dauert es denn, bis die Zombies weg sind, wenn ein Tag ist? Bis sie halt totgebrannt sind. Wenn die totgebrannt sind, wenn es regnet? Nee, tatsächlich nicht, weil dann keine direkte Sonneneinstrahlung. Ich wollte gerade sagen, nur bei direkte Sonneneinstrahlung brennen die. Entschuldigung. Ja, das heißt, ich stehe jetzt hier die ganze Zeit unten und gucke da fröhlich im Gegend. Oder du nimmst dein Schwert in die Hand und haust sie durch das Loch kaputt. Ich habe kein Schwert. Ich baue dir doch eins. Ich habe nichts zum Bauen. Na, wo bist du jetzt? Was brauche ich für ein Schwert? Ich brauche Holz. Aber ich habe kein Holz mehr, weil alles kaputt gegangen ist. Kann man die nicht einfach an den Zombie erledigen? Nee, der droppt das, glaube ich. Also der droppt das nur sehr selten. Oh, ich habe hier Diamanten. Nein! Nein! Ja gut, schade. Jetzt hast du das gleiche gemacht, wie ich vorhin. Jetzt ist aber das Problem, dass mein Zeug weg ist, ne? Das liegt halt jetzt wieder da, wo du hingefallen bist. Ja, aber noch kein zweites Mal verschwindet dann mein erstes Zeug. Das Zeug, was du verlierst, verschwindet sowieso noch fünf Minuten. Manche Informationen wären halt so überaus hilfreich in diesem Spiel. Da muss ich nämlich nicht fünf Minuten lang unten von... Ich bin selbst aber beim eigenen Zeug gegangen und habe meins auch nicht gefunden. Vor einem offenen Loch stehen. Ja, vor einem offenen Loch stehen. In der Hoffnung, dass diese Zombies oben sterben, damit ich mein Zeug wieder kriege, wenn das sowieso nach fünf Minuten weg ist. Also zumindest war das meine letzte Info, dass die nach fünf Minuten weg sind. Jetzt da drunter. Aber es regnet. Warum regnet es? Weil das der Server gesagt hat, dass es jetzt regnet. Ja, aber ausgerechnet jetzt dieses Spiel, ey. Es macht schon Spaß, aber dieses Spiel. Wir sollten eine Killspree einführen oder irgendwie sowas. Wir haben heute nicht zu stirben. Ich muss es mal hoch. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Der Gott-Eder fragt bei mir, ob du eine Anime-Empfehlung hast, Ben. Psycho-Pass. Alle werden mich dafür hassen. HighschoolDXD. Wie bitte? HighschoolDXD. Nö, der ist auch lustig, aber da musst du halt damit rechnen, dass da viel Fanservice, nennt man das im Japanischen, drin ist. Also da geht es halt um Dämonen, die ihre Energien wieder aufladen, indem sie nackt mit dem Hauptcharakter am Bett liegen. Bitte was? Das ist HighschoolDXD, so eine Nutshell. Also die muss irgendwie ihre magische Energien immer aufladen, indem sie möglichst viel Hautkontakt mit dem Hauptcharakter hat. Ja, Animes sind immer so komplett krank manchmal. Das ist halt wirklich ein Anime, der geht nur um Fans. Da wird ein bisschen gekämpft und dann ist viel nackte Haut zu sehen. Also aber nicht Porno-Haut. Also halt wirklich so Soft-Porno mit nichts wirklich zu sehen. Also Psycho-Pass ist wirklich ein ernsthafter Film. Das geht eher so in die Richtung von Ghost in the Shell. So moralische Fragen und sowas. Highschool, wie heißt das andere? Highschool of the Dead? Ja, aber da ist auch so ein bisschen Fanservice drin, oder? Ja, aber nicht so viel wie bei Highschool. Ich kenn tatsächlich nur das GIF, wo der einmal ein Scharfschützengewehr auf den Brüsten seiner Mitschülerin anlegt. Stimmt, Helsing und Helsing. Hast du schon einen anderen Teil? Helsing. Hast du schon Ergoproxy gesehen? Was? Ich kenne den Namen nicht mal. Ergoproxy. Wo gibt's den? Und jetzt sag mir bitte nicht irgendwo bei irgendwelchen komischen halbilligalen Seiten. Ich habe das Problem, ich gucke die Sachen halt wirklich immer nur auf Deutsch. Guck mir die halt nicht auf Japanisch mit Untertiteln an oder sowas. Ich glaube, Ben guckt sie nicht wirklich auf Deutsch, oder? Doch, ich gucke sie wirklich auf Deutsch. Auf Netflix dann? Ja. Ja, ich gucke sie auch auf Deutsch. Ich mag die japanischen Stimmen gar nicht. Ich mag die bei keinem Anime bisher. Ich habe noch keinen gefunden. Wo ist das denn? Die japanischen Stimmen sind, das sind auch die Männer meistens so quietschig, dass ich das einfach nicht kann. Ähm, warte mal. Ich habe jetzt auch nichts mehr zu essen. Ich habe deinen Pei verloren. Warum will man Highschool-Deeks die vorm Schlafen angucken? Geschmackssache. Es ist... Ich verachte, Affe ein bisschen die Seife. Eben. Warum spielt man dieses Spiel, wenn es die ganze Zeit Arbeit ist? Weil man coole Sachen bauen kann. Aber auch das ist Arbeit. Tatsächlich gibt es auch viele Leute, die das im Creative Mode deswegen spielen und gar nicht. Ja. Wurst, ich, Wurst. So, gut. Und jetzt... Cooler Skin. Ähm... Was lachst du? Wenn du cooler Skin gesagt kriegst, muss ich lachen, sorry. Es ist auch zum Lachen, weil es ist tatsächlich gar nicht mein Account und es ist auch nicht mein Skin. Also, ich habe mir den nur geborgt, um das heute mal auszuprobieren, weil ich manchmal bei Spielen eine Gamesickness kriege. Und ich nicht wusste, ob das bei dem Spiel das auch auslöst. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren es erst mal. So, was brauche ich jetzt eine... So, was brauche ich jetzt eine... Bin verschüttet. Oh, ja. Du hast übrigens immer noch dein Bett hier bei mir stehen lassen, ne? Ja, ich habe ja auch immer noch nichts, wo ich es unterbringen kann. Wie lange brauchst du, um ein Haus zu bauen? Serious, mir wurden alle meine Materialien... Du versuchst mich gerade schon wieder zu ärgern, gell? Nee, baust du doch aus Holz. Oder aus Dirt am Anfang. Ja, oder aus Dirt, damit du überhaupt mehr Wände hast um dich, ja. Ich baue doch nicht ein Haus aus Dreck. Wer bin ich denn? Lumi. Mh, verdammt. Was zum Henker? Bei mir im Haus rennt ein Fuchs rum. Wie ist denn der reingekommen? Hier ist doch alles zu. Ach, Fuchs, ich wünsche mir süß. Stimmt, Fuchs habe ich vorhin auch schon gesehen, dass die in die Richtung einer unterwegs war. Ja, aber der ist jetzt bei mir in der Wohnung und ich weiß gar nicht, wie hat er das denn geschafft? Keine Ahnung, war die Tür offen? Nein. Ist alles zu? Gut, ich habe noch kein Dach, aber... Na, dann bist du übers Dach. Wie kriege ich denn jetzt da wieder raus? Der rennt jetzt in den Stollen. Tja, du bist jetzt dran schuld, dass der Fuchs da wo Verwirrung kaputt geht.